Wie verwende ich Live-Untertitel in einer Teams-Besprechung? In Teams gehe ich auf das 3-Punkte-Menü und wähle Live-Untertitel aktivieren aus. In der Untertitelzeile unten finde ich das Einstellungsmenü, in dem ich die Sprache einstellen kann. Aktuell März 2022 ist die Funktion Live-Untertitel in der Teams-Desktop-App und in den mobilen Apps verfügbar, nicht in der Teams-Web-App. Den Live-Untertitel können sich die Teilnehmenden einer Besprechung selbst aktivieren, wobei die M365-Administration die Funktion per Richtlinie global deaktivieren kann. Die Sprache des Live-Untertitels kann pro Besprechung nur die Besprechungsleitung einstellen. Die Sprache gilt für alle Teilnehmenden. Ich wünsche euch viel Spaß damit.